Romy Schneider und Horst Buchholz zum ersten Mal gemeinsam in einem Spitzenfilm von internationalem Format. Ein erregender Film mit dem Zauber echten Wagemutes und der Leidenschaft einer jungen Liebe. Das aufrüttelnde Abenteuer eines blutjungen Mädchens aus der Londoner Vorstadt um die Ehrenrettung des Robinson-Dichters. Ein alter Matrose hat Ihnen die Geschichte erzählt. Gewiss, gewiss, er hat es mir erzählt, aber ich habe sie aufgeschrieben. So weit geht das. Ich habe dem Prinzen auch erklärt, warum die Regierung Eurer Majestät den Robinson verbieten musste, weil dieses Buch unsere Jugend vergiftet. Und trotzdem gibt es die Insel. Und es ist warm dort? Ganz warm ist es dort. Immer ist es warm dort, nicht nur im Sommer. Bitte, Vater, hilf mir noch einmal. Ich schwöre dir, es ist das letzte Mal. Es ist das letzte Mal. Wie oft hast du das schon gesagt? Wie ist das so weit mit dir gekommen, Tom Befugler? Oh, Majestät, wenn Sie wüssten, was er uns schon alles angetan hat. Er taugt dem nichts. Mr. Pam? Geh, 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 geh. Ich hab mir Schokolade. Ja, ah! Bitte, ich muss dringend mit dem König sprechen. So hören Sie doch. Wir sind in einer schrecklichen Lage. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Schaut ihn euch an, den großen Daniel Defoe. Keinen Finger macht er krumm für seinen Sohn. Ihm ist es gleich, was aus ihm wird. Wenn Sie so grob sind, dann gehe ich nicht. Nein, Entschuldigung. Denken Sie, er nimmt es nicht zu Herzen, dass Sie hier sind? Und warum hilft er mir dann nicht? Er kann doch nicht. Er könnte. Wenn er wollte, könnte er. Aber er will nicht. Das ist nicht wahr! Master Defoe, Sie haben nach uns gerufen. Nein! Ist das alles, was Sie heute gezupft haben? Was fällt euch eigentlich ein? Ein romantischer und zugleich realistischer Film. Geheimnisvoll und spannend. Lebensfroh und herzerfrischend. Mit einer Elite von Darstellern. Halt auf! Mit ihm haben wir ja gar nichts vor. Wir kommen ja nur wegen dem Tag. Raus jetzt mit euch! Ja, raus mit uns! Schmeißt uns doch aus! Das werdet ihr doch hoffentlich noch fertig bringen. Prinz George. Das ist Maud Cantley. Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, Miss Cantley. Wie geht es Ihnen? Königliche Hoheit. Ich hoffe, dieser Besuch kam Ihnen nicht ungelegen. Jetzt rede ich jetzt zum letzten Mal, als die Hände von deiner Master Tom, der mit dem Wirt vom gelben Papagei zu tun hat. Er ist verloren. Oh, Mrs. Cantley. In der Mondstraße sind auch Kinder verschwunden. Ich war bei Mr. Rensen. Sein Schal ließ auch weg. Ist das alles? Das ist alles. Bist du jetzt enttäuscht? Nein. Nein, ich freue mich nur. Ja? Ich kenne Sie doch am besten. Ich habe immer zu allen Leuten gesagt, dass Sie nicht so schlecht sind.